Es bleibt glatt auf den Straßen und es kommt sogar schon wieder neuer Schneefall dazu. Heute gab es dazu große Temperaturunterschiede heute Morgen. Im Kampf gegen die Corona-Pandemie wird der Lockdown in Deutschland. After all we've been through, after all these lights and shadows we've experienced in our lives, it is impressive that we often can find these advices that matter in the stories of our childhood. So, after all these struggles to get here, I want to deliver this simple message. Many winters I saw coming and going. Be patient. Just be patient. Spring is near. Turn the lights down and reach out for your dear rendezvous. So that's where I and I get out of here. Do you still need to bring some of that? Oh, Nick. 욕? Wenn du hillbein? Junge. Viele Winter sah ich kommen und gehen. Geduld nur. Auch diesem Winter war folgt ein Frühling. Untertitelung des ZDF für funk, 2017